Seit ihrer Teilnahme an dem TV-Format Bauer sucht Frau International erfreuen sich Heiko und Ulrike großer Beliebtheit bei den Zuschauern. Bauer sucht Frau. Ulrike und Heiko erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie sind wohl das allerliebste Lieblingsspar der letzten Staffel Bauer sucht Frau International. Die beiden schenkten sich vor den laufenden TV-Kameras gegenseitig ihr Herz und die Zuschauer flippten vor Freude aus. Im Interview mit okmark.de sprachen die beiden jetzt über ihre plötzliche Beliebtheit. Ulrike offenbarte. Wir haben uns ja so gegeben wir sind. Ich hätte nie gedacht, dass das so gut bei den Leuten ankommt. Es macht mich ein wenig stolz und auch glücklich, dass wir weitestgehend von negativen Kommentaren verschont geblieben sind. Das war ja nie geplant, aber es ist ein tolles Gefühl und tut unheimlich gut. Tatsächlich gab es in der Vergangenheit auch schon mal unangenehme Situationen, wie Heiko zugab. Ich werde von vielen Leuten auf der Straße erkannt. Das löst einen Zwiespalt in mir aus, denn einige der weiblichen Fans erkennen ihre Grenzen nicht und versuchen, mit Sprüchen oder Gesten über das Ziel hinaus zu schießen. Das fühlt sich zwar auf einer Seite gut an, ist mir jedoch unangenehm. Selfies mit den Fans würde Heiko aber genießen. Ob Ulrike eifersüchtig auf die Anmachversuche anderer Fans reagiert? Ein bisschen Eifersucht gehört, meiner Meinung nach, zu jeder gesunden Beziehung, gab sie zu. Um die Gunst ihres Liebsten scheint sich die Landwirtin aber wohl keine Sorgen machen zu müssen. Ich für meinen Teil bin mir absolut sicher, was ich möchte, stellte Heiko klar. Über uns zu schießen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.